hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen rote f1 2017 mit guten scheiß hallo und mit unseren titel tomitou muskotos hallo hier stecken so ist meine im keller wir fahren in der box nach links rum raus da kann ich gleich vergessen das ist wenn es links rum ausgeht ist es nur scheiße gelaufen immer nur rechts was denn hier musste in der kurve dhs drücken das war einfach nur weiter dort die ist nein was ist das rundenzeit kurve abgekürzt ja klar was wollen sie denn alter ist das ist ganz schön aus leider mir ruhig mal waren ja da geht eigentlich ganz gut wenn man kennt das ist das schlimmste an der ganze steigt dass das ja ich das schlimmste ich bin nur am schlittern ach ja ich habe gerade noch in die aufnahme reingeschaut warum mein wagen so beschissen worden ist ja ja du sagst am steuer am start sind ja alle eskaliert und da haben es die ganzen schilder auf der auf der auf der straße auf der strecke und da hat sich irgendwas unter dem auto gespiegst deswegen hat auch mein controller ständig wie bei uns ach quatsch das ist ja krass da haben sie dich ja bei der boxen gas ist die abgemacht wie soll es denn unter das auto kommen mich mit dem klaren hochheben na die heben doch das auto einmal an wenn sie reifen wechseln das ding wie ich doch nicht da kannst du das ding kannst du mit dem büscher stemmen junge so auf jeden fall müssen wir jetzt wieder ein bisschen boden gut machen auf jeden fall im übrigen habe ich nachgerechnet ich glaube ich bin schon wölkmeister ich habe gedacht du bist schwanger oh das auch wenn man da so sieht könnte ich schwanger sein so na dann auf in die runde eine neue runde eine neue wahl des fahrt tequila da bin ich dabei tequila wenn du es riech wirkt es mich eigentlich ja genau wenn tequila raus passieren nur schlimme sachen wieso zieht ihr den durch die nase na du musst tequila auf mexikanische art tragen ja fuck 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 war der Auto weggeschossen aber ich muss sagen die S-Corpus sind doch scheiße ich mach die doch nicht ja du musst halt vom Gas ein bisschen runter gehen und dich eigentlich mehr durchrollen lassen ja jetzt hab voll links und rechts rausgehauen aber nichts passiert am Auto alles gut alles tollo ja aber ostensender mit tequila mexikanisch treten ja wie ist das äh Salz schnupfen Zitrone in die Augen reiben und tequila trinken naja mach ich immer zum frühstück achso das wach wärst du ja da gibt es irgendwo so einen Kabarettisten der was vorliest der Unterschied zwischen polnischen und deutschen Handwerkern ah das kenn ich ja 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 wo der Lehrling mit seinem Meister erstmal die Tanki fahrt zwei Bier, zwei Korn, drei Jägermeister der Arbeitstag kann beginnen ja der hat es im vollen Geschirr schon fast fertig weiß genau Olek hat einen Fehler gemacht er hat das Laminat an die Wand geklebt und den Regen auf den Boden verlegt und gesagt sauda fertig das Ding ist ja wirklich wenn du bei irgendwelchen so einer Bauwetter hast oder wenn du zum Autohaus zum reparieren fährst du das Polen und Russen sind ja immer so alles kein Problem kein Problem Olek macht da kannst du sagen hier das Auto brennt kein Problem genauso wie der Handwerksmeister steht von ihrer Haustür er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift Bier vor dem T-Tiselschöne genau und das Ding ist der Lehrling macht alles am meisten steht daneben so genau kommt Auto bleib 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 gutes Auto sexy ach ist das schön wenn du nach rechts in deinen OBS schaust und die fucking Aufnahmen nicht mehr rübgel ich hab Action ha ha ne also das haut mich echt drauf dass das Faust-Hüngt was ja eigentlich eine stabile Framemap machen sollte dir so Probleme bereit hat der Fall ist Jetzt ist dieser scheiß Sprit-Alle und ich fahr gerade an dieser Mist-Hurren-Suche. Jetzt muss ich eine ganze Runde fahren. Warte mal, ich glaube der Rückwärtsgang. Wie ist disqualifiziert? Hör auf. Echt? Ja. Scheiße. Ach, ich fahr da. Alter, was ist denn das? Also die S-Kurven drifte ich meistens voll durch. Nämlich hast du raus. Nee, also ich fang die Karin dann so, aber ich verliere halt so. Schon wieder, schon wieder, schon wieder raus. Zack, zack. Oh, Tommy Karin kaputt. Quatsch. Ich bin vorne, glaube ich, oder? Also ich bin, ja, du bist 14, also ich bin 15. Ich bin 12. Ich bin 12. Alles klar. Super Ding. Was geil. Einen Vorteil hat's, ich glaube nicht, dass in Texas recht oft regnet. Ja. So. Na, gleich regnet's, da hau ich mich im Dreck. Damit's zwei Regen, äh, Rennen hinter den Anker hat, also. Ja. Regenrennen und Regenquolifyen, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich hab die typische, also so sie sagen, ne? Ja, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Let's do this. 4 Minuten, genau. Da ist die Vor-Unsinn, was der Mecker heißt? Ja, der ist vor-Unsinn. Ja, auf zwölf. Ja, ich wollte mal noch eine. fixe runde fahren ich glaube nicht den scheiß ganz toll von mir haben freundlich Hallo, hübsche, na? Alter, du bist ein Wichser. Alter. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde, der Tank ist leer. Jetzt sagt er mir, dass der Sprit nicht für eine weitere Runde reicht. Boah, wie viel Zeitstrafen wäre man denn diesmal kassieren? Ich habe eine schwarz-weiße Flagge. Das könnte alleine wegen dieser Escort, da könnte es natürlich ganz mies werden. Ich habe jetzt nämlich auch ungültige Rundenzeit wegen Streckenbegrenzung überschritten. Naja, dann sage ich mal bei mir so 12 Sekunden. Du, ich bin froh, wenn ich das Auto nicht so wegschieße wie eben gerade. Ja. Du musst schon mir mal angucken, was du da gemacht hast. Ganz ehrlich, ich weiß es ja auch nicht. Boah, Tommy will bloß Klicks generieren. Geht immer absichtlich in die Wand, damit ein Klicks geht. Deswegen sage ich auch immer, dass ich meinen Pelis gerade jetzt zeige. Oh, eine Brustworte. Ey, bist du live? Ja, ich fand es echt geil, wie du da in, was ist heute Online-Gang in Singapur, oder? Ja. Wie es da so voll verkatert vor dem Rechner gesessen ist. Mit barem Meistel. Kotze steht noch im Gesicht, wisst ihr? Ich war Darth Sidious, heißt es. Hülkenberg, F3, was ist da los? Da war auf jeden Fall noch auch immer. So wie das aussieht, brauche ich ja nicht noch mal alles fahren. Ah, Stahl hat Internetprobleme, läuft. Na, der Kanadier. Na gut, dass die nicht mit dem TS sind. Ja, die KI wird ordentlich herm-zellipozieren. So, und hier Leute, denkt dran. D-Shirts merchandise auf intimtv.de bestellen. Ach, dann was? Ja, klar. Ja, jetzt kann man da gerade noch nicht bestellen. Ich habe mein Spaß schon, aber geht halt nicht. Ja, ich schreibe morgens Preachat nach morgen. Weil ich will mir das noch machen, damit wird meine ganze Wohnung dekoriert, weißt du? Mit Tassen, Mauspad. Alles klar. Weil wir in die Box rein driften. Fahrst du dann hinter mir. Geil. Tja, meine lieben Zuschauer, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann morgen. Ich denke mal, wir werden auf den letzten Platz zurückgereicht, wir drei. Ich glaube, wir zwei, weil der Oste ist eine Sekunde schnell aus. Ja, gut. Also, hau'n, bis dahin. Tschüss. Like nicht vergessen. Also, wir sehen uns dann, wir sehen uns dann, wir sehen uns dann. 的ne Video. Ich denke mal, wir sehen uns també. Lieben, wir sehen uns dann, wir sehen uns so, dass wir sehen uns dann.